Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Sims 4 Unileben und wir haben unsere Damen und Herren ein bisschen umgestylt, also frische Frisuren und vielleicht nur ein Outfit und unser Jack, der hat jetzt lange Haare, der ist halt auch mittlerweile immer noch am Arbeiten. Deswegen, ich weiß zwar nicht, wie lange das noch dauern wird, aber ja, musst du eigentlich nicht noch irgendwas machen. Ich glaube, dir fehlt auch noch ein bisschen die Schreibfähigkeit. Kann das sein? Kann das auch mal in den Kurs gehen dafür? Ja, ich glaube, ich schicke dich einfach mal. Und zwar schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Schreiben. Viel Spaß und bis später. Und du wirst jetzt endlich mal fertig recherchieren. Das ist ja schlimm. Und du? Macht das denn Spaß? Irgendwie ja nicht, ne? Ja, doch. Es macht Spaß. Ja, also es gibt auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht könnten wir auch den Eingangsbereich hier anders gestalten, dass das irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, was ich hier eigentlich so treiben soll. So, du bist ja immer noch nicht fertig. Es dauert richtig lange mit dem Recherchieren. So. Wenn du jetzt aufgibst, Junge. So. Was ist denn los? Hast du keinen Spaß? Danke. Vielleicht glöch' ich mal die Pinnwand so ein bisschen. Ashley Weber hat gerade einen aufschlussreichen Schreibenkurs und freut sich schon darauf, das Gelernte in der echten Welt anzuwenden. Wie weit sind wir denn schon? Na ja. Du musst jetzt auf der Couch kein Nickerchen machen. Du kannst auch in deinem Bett schlafen, weißt du? Das ist doch bestimmt auch ein bisschen angenehmer. So, du brauchst Spaß. Muss das unbedingt auf dem Ding sein? Du könntest ja auch Comedy-Kanal gucken. So, und du hast noch Hunger, also solltest du dir vielleicht noch irgendwas anders machen und du machst jetzt auch mal was anderes. Also erstmal alles, was so essensmäßig so sein muss, ne? Was isst du denn? Chips. Wie wär's, wenn du mal das verdorbene Essen ausfastierst und einen Joghurt isst. Also die haben wirklich eine gesunde Ernährung, muss ich ehrlich sagen, mit Chips. So, du könntest ja mal duschen gehen und dann büffeln und pauken. Und du isst, denke ich, auch nochmal was. Und dann könnt ihr ja auch alle so nach und nach mal ins Bettchen hüpfen. So, du stehst jetzt mal auf. Aber jetzt mal einen Techtelmächtel. Ich sag euch, wie das hier so läuft. So, dann sind auch jetzt zumindest alle mal auf dem besten Weg ins Bettchen. Ja, keine Ahnung, warum sie wach geworden ist. Du kannst auch mal ruhig schlafen gehen. Meine Güte. Und richtig fertig gearbeitet hast du auch nicht, ne? Ruhig mal duschen, dann weiß ich nicht, wie weit bist du. So, du kannst auch mal aufstehen. Dann kann ich mit dir nämlich diskutieren. Ähm, über komplexes Präsentensrecht diskutieren. So. Du bist doch sauber genug, also... Dann hätten wir doch zumindest die Arbeit mal erledigt. So, Hausaufgaben. Du musst keine Hausaufgaben machen. Also auch dein letzter Tag heute. Das finde ich toll. Und wir müssen uns um den Garten mal kümmern. Äh, wir haben ja überhaupt gar keine Konsole. Kann das sein? Müssen wir mal gucken, ob das dann funktioniert. Ähm... Tü-tü-tü-tü-tü. Online spielen. Äh, Spiel spielen. Party fancy. Nee, wobei du hast ja eigentlich Hunger. Stimmt, auch wieder. Entschuldigung. Was machst du? Warum hast du dich jetzt so an? Naja, egal. Ähm... Toilette. Und dann ein bisschen Frühstück vielleicht. So, du stehst jetzt besser auch mal auf. Ähm... Und kannst duschen gehen. Ah, die Kleine ist auch unterwegs. Wie wäre es, wenn wir einfach mal wieder Frühstück servieren und Arme Ritter machen? Es regnet und duschen... Egal, ich sage... Ach nee, das ist ja sowieso überdacht. Das heißt, das macht dir ja eh nix aus. Aber nee, es ist mal schön, dass die Leute... Leutchen hier im Haushalt auch mal anders aussehen. Mal eine neue Veränderung. Ähm... Zwei Tage in sieben Stunden. Dann werden wir von zu Hause aus arbeiten. Rechtsgrund verpassen. Aber jetzt werden wir erst mal was frühstücken. Wenn du dann die Hausaufgabe mal fertig hast. So, nee, du isst jetzt nicht das Protein... Den Proteinteller. Oder was ist Steak? Dingsbums. Mama macht jetzt... Arme Ritter. So, dann kannst du dir auch davon... Auch gerne ein Gericht nehmen. So, was läuft hier? Gar nichts. Kommst da hin. So, du kannst hier... Ihr müsst jetzt kein T-Tennis spielen. Davon wird dein Hunger auch nicht aufgebessert. So, heute ist Donnerstag. Das heißt, du gehst ganz normal in die Schule. Oder... Willst du jetzt irgendwie auch mal was essen? Oder... Anstatt das in den Kühlschrank zu stellen, da wo es dann halt auch nicht schlecht wird. Nein! Wir lassen das einfach draußen stehen, ne? So, mit dir können wir doch... Wenn wir schon dabei sind, doch auch über das Komplex... Also über komplexes Prä... Präsidentsrecht diskutieren. So, und dann müssen wir nur noch den Rechtsgrund verfassen. Und dann wären wir doch schon mit der Arbeit fertig. Und dann wären wir doch schon mit dem Kühlschrank. Eigentlich müssten wir auch mal hier wieder weitermachen. Wie sieht es denn aus mit dem Gärtner-Bot? Da brauchen wir noch zwei Mechanismen. Die könnten wir eigentlich mal machen. So, du brauchst jetzt keinen Kaffee. Den stellen wir schon mal wieder ins... In den Kühlschrank. Weil du solltest doch eigentlich den Rechtsgrund verfassen. So, du gehst jetzt zur Uni. Das ist auch in Ordnung. Da wirst du aktiv zuhören. Und was müsstest du am Machen? Auch bei Uni-Kurs. Okay. Wie viele Stunden hast du denn noch? Vier Stunden, ja. Da solltest du doch bestimmt noch fertig werden. Und wir müssen unbedingt die Präsentation halten. Ich dachte, du hättest die gehalten. Hast du noch eine Tafel? Oh, hast du das... Irgendwie ist da was schiefgelaufen, ne? War doch nicht die Zeremonie von der Charlie? Und deswegen macht er dann keine Präsentation. Sehr komisch. Äh, ich hab dir eigentlich gesagt, dass du... An der Werkbank was machen sollst. Kaust du da jetzt nicht mehr hin, oder was? Wenn ich einmal... Guck ich einmal weg, dann machen die auch irgendwas anderes. Also, ich seh dich von hier oben, ne? Wenn du aufhörst. Äh, nee, jetzt nicht. Ähm, du. Ja, du musst jetzt einfach nur noch warten, bis... Bis die Noten dann angeflattert kommen. Da bin ich echt mal gespannt. So, Charlie ist fertig. Kannst du auch direkt noch was anderes anfangen. Weil das verbessert ja auch unsere Robotikfähigkeit. So, du bist noch schwer am Dingsen. Du könntest ja eigentlich mal Ausdauerlauf machen, ne? So, ich hab ich duschen geschickt. Musst du sonst noch irgendwas meinte machen. Zum... In sieben Stunden. Dann könntest du doch eigentlich... Was ist jetzt passiert? Och nö. Das ersetzen wir mal gleich. Du bist doch jetzt sauber genug. Und dann könntest du eigentlich mal noch ein bisschen Videospiele spielen. Bevor dann dein Dings losgeht. So, in einer Stunde hast du... Ähm, Unterricht. Wie wär's, wenn du da dann nochmal ein bisschen Nickerchen machst? Diesmal lasse ich dich Nickerchen machen. So, dann hätten wir schon mal für die Arbeit alles erledigt. So, und du solltest den eigentlich fortsetzen. Weißt zwar nicht, warum die das immer abbrechen, aber egal. Noch ein Mechanismus, glaube ich. Oder war da schon der zweite? Oh Mann. Naja, den einen machst du jetzt noch. Ach so, du bist immer zurückgesetzt. Ja, interessant. Hast du eigentlich diese Ohr-Hörer? Habt ihr überhaupt diese Dinger? Nö, ihr habt gar nichts. Ähm, wie wär's, wenn wir dann einen bestellen würden? Bestellen. Bestellen, bestellen. Äh, ähm. Ohr-Hörer. Nehmen wir mal weißer. Und dann kannst du nämlich... ...ein bisschen Musik dabei hören. Dann tut das auch deine... ...Laune vielleicht ein bisschen verbessern dabei. So. Äh. Du bist ja noch nicht fertig, Fräulein. Och Mann. Dein Ernst jetzt? Okay, wie wär's, wenn wir uns den Marco einladen? Ja. Wobei... Wobei... Hm... Ne, ich glaub den Marco. So, da ist er auch schon. Ähm, nach Tagfragen. Ui, 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 ui. Ja, Baby machen mit Marco. Oh. Aber ich glaub, das ist noch nix. Im Regen küssen. So, du bist anscheinend schon fertig, oder was? Nee, nicht plaudern. Du machst jetzt noch ein bisschen... ...weiter. ...beschämt. Tächtel-Mächtel mit Ma... ...was? Wie jetzt? Du... ...finnest... ...finnest... Wir können dir ja mal den Wohnungsschlüssel geben. Und dann können wir ja mal gucken, ob er einen Tächtel-Mächtel haben möchte. Du bist ja echt... Du bist ja echt... Oh, Mann. Sag mal, das läuft ja bei euch tierisch, ne? Bei Unikurs. Entschuldigung, dass ich dich aufgehalten hab. Ähm. Nein. An Vorlesung teil ist eine der besten... Nein. Sie ist doch schon auf dem Weg. Was ist jetzt hier falsch gelaufen? Oh, Mann. Ähm. Du solltest doch eigentlich zur Uni. Dann geh auch... ...zur Vorlesung. Oh, Mann. Ich glaub... Wo ist er denn jetzt eigentlich hin? Ach, guck mal, da ist er doch. Ähm. Wir können auch in Duschen einen Tächtel-Mächtel haben. Das wäre wenigstens nicht abgeschlossen. So, ihr spielt zusammen. Das finde ich ganz toll. Äh. Aktiv zuhören. Oh, schon wieder zurück. Ähm. Du hast auch nur noch zwei Tage. Hausaufgaben musst du wahrscheinlich nicht mehr machen, ne? Aber lernen könntest du, glaub ich. Universität lernen? Auch nicht. Okay, gut. Dann... Was ist denn los? Peinlich berührt wegen Verletzung der Privatsphäre. Naja, was war denn jetzt... ...daran so... ...ähm... ...Dings? Ach, naja, egal. So, aber meine Lieben, ich mach hier jetzt einen Cut. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sag ich Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020